Wie König Gunther Siegfried zum Hoffest lud. Nur gedacht auch alle Zeite das Guntheres Weib, Wie treitet also Hohe von Krimhild den Leib? Nur ist doch unser eigen Siegfried ihr Mann, Er hat uns nur viel lange Lützelldienste getan. In diesen zehn Jahren aber, Sann Brünhild unaufhörlich Siegfrieds Geheimnis nach. Sie dachte, wieso konnte sich Krimhild damals derart brüsten? Wieso kommt Siegfried nie an unseren Hof, Wo er doch unser Lehnsmann ist? Warum ist er ungestraft so säumig? Warum schickt er uns keine Steuern? Warum hat er uns nie einen Krieger gestellt? Diese Sorge fraß ihr am Herzen, Wenn sie's auch nicht verriet. Zehn Jahre sorgte und sann sie so. Dann hielt sie es nicht mehr aus. Sie sagte ihrem Gemahl, Ich möchte die edle Krimhild gern wiedersehen. König Gunther aber war froh, Siegfried fernzuwissen. Er sagte deshalb, Das ist unmöglich, viel liebe Frau, Wie sollte ich meine Schwester dann herrufen können? Sie wohnt ja so schrecklich weit ab. Ich mag sie nicht gern darum bitten und befehlen, Kann ich's ihr nicht. Da sagte Brünhild, Einen Lehnsmann kann man doch einfach beordern. Ihr brauchtet Siegfried nur zu rufen Und schon wäre mein Herzenswunsch erfüllt. Wirklich, ich verzehre mich vor Sehnsucht nach Krimhild. Ich muss immer daran denken, Wie glücklich wir auf unserer Hochzeit zusammen saßen und plauderten. Sie hat, weiß Gott, einen wackeren Mann bekommen. So redete Brünhild immer wieder. Und sie drängte Gunther so lange, Bis er schließlich mag Graf Gero Mit dreißig Rittern aussandte, Siegfried und Krimhild in Xanten aufzusuchen, Sie in allen Ehren zu grüßen Und König wie Königin noch vor der Sonnenwende Zu einem glänzenden Fest nach Worms zu bitten. Die dreißig waren über drei Wochen unterwegs, Denn sie trafen Siegfried in Xanten nicht an Und mussten ins Nibelungenland weiter reisen. Das lag in Norwegen Und bis dort hinauf war ein weiter Weg. Als die Boten Burgunds endlich dort ankamen, Waren sie samt ihren Rossen zu Tode erschöpft. Krimhild jubelte, als sie vom Fenster aus Die vertraute burgundische Tracht des Markgrafen Und seiner Mannen erblickte, Wie glücklich die Schöne da war, Wie froh ihr Herz da schlug. Ich traue meinen Augen nicht, Seht doch auch ihr, So sprach sie zu Siegfried, Steht da wirklich Herr Gero Mit Kriegern aus Worms unten im Hof? Ich bitte euch, empfangt sie freundlich, Gewiss sendet sie mein Bruder Gunther, Hoffentlich bringen sie gute Nachrichten. Da sagte Siegfried, Sie sollen uns willkommen sein. Siegfried und Krimhild Empfingen die Boten höchst ehrenvoll, Sie boten ihnen Wein an Und hießen sie sich setzen. Allein, so müde Markgrafen Gero auch war, Er dankte und sagte, Er wolle sich seiner Botschaft Stehend entledigen, Wie es sich vor einem König gezieme. So überbrachte er die Grüße Und die Einladung König Gunthers Aufs würdigste. Gott lohne euch diesen Dienst, Viel edler Ritter, Sprach Siegfried, Als Gero geendet hatte. Ihr habt uns verhaftig Die liebste Kunde gebracht. Meine Frau denkt gewisslich Nicht anders darüber. Wir sind glücklich zu hören, Dass es Frau Ute Und meinen lieben Schwägern gut geht, Dass sie ihr Land Sich des Friedens erfreut. Wir würden sie gern auch wiedersehen. Allein der Weg ist weit Und die Reise beschwerlich. Das sage ich nicht um meinet, Das sage ich um Krimhilds Willen. Da sagte Gero, Auch die Königin Brünhild Bittet euch sehr. Sie verzehrt sich vor Sehnsucht, Die holde Schwägerin In die Arme zu schließen. Da freute sich Krimhild Und sie sagte ihrem Mann, Dass sie gern fahren wolle. Die Boten wurden Aufs Trefflichste beherbergt Und bewirtet Und blieben zehn Tage Im Nibelungenland. Siegfried beriet sich indes Mit seinen Recken. Er bat auch seinen Vater, Siegmund, Der sich gerade in Norwegen aufhielt, Um Rat. Da sprachen die Nibelungen. Wir sind unser Tausend. Wir schützen euch. Fahrt getrost, Wenn ihr es für gut haltet. Auch Siegmund riet sehr Zu dieser Reise Und sagte, Er werde selbst Seinen lieben Sohn Siegfried Und seine liebe Tochter Krimhild Mit hundert auserlesenen Rittern begleiten. Er freue sich so sehr, Worms einmal zu sehen Und bei einem burgundischen Fest Zugegen zu sein. Da sagte Siegfried Zu Markgraf Gero, Er nehme die Einladung des Königs Mit Dank und Ergebenheit an Und werde noch vor der Sommersonnenwende In Burgund eintreffen, Obwohl der Weg dahin Über dreißig Lande führe. Da rüstete man mit Macht Zur Fahrt Und der Markgraf Eckewart Wurde von Siegfried Zum Reisemarschall bestellt. Reich beschenkt Kehrte Markgraf Gero Mit seinen Mannen Nach Worms zurück. Man sagt, Krimhild habe ihm So viele Schätze aufgeladen, Daß die Pferde zusammenbrachen Und man Lastwagen beschaffen mußte. Lautes Staunen Erhob sich denn auch am Rhein, Als die Ritter Ihren Botenlohn zeigten. Solche Reichtümer Hatte man in Worms Noch nicht erblickt. Und jeder Mann War der Bewunderung voll. Da sagte Hagen, Herr Siegfried Hat leicht große Geschenke machen. Ihm steht Der Nibelungen Hort Zu Diensten. Ah, Wenn der einmal Nach Burgund käme. Er sollte uns mächtig machen Über alle Welt.